. . . . . . Nicht auf, nicht zu, nicht auf! Draußen ist drinnen und drinnen, draußen und draußen! . Tch, war das heiß! Ich habe einen Vogel! Österreich ist nicht ganz dicht. Genau genommen sind es unsere Wände, Fenster, Türen und Dächer, die nicht ganz dicht sind. Jetzt bis zu 14.000 Euro Sanierungsbonus holen und dauerhaft Energiekosten senken. Alle Infos auf sanierungsbonus.at